Wir sind auf der Reisehöhe von 30.000 Fuß, was ca. 10,5 km sind. Die Verbleibungsflugzeit noch gute 45 Minuten, wo wir mit einer der Karte öffnen können. Das Wetter dort momentan leicht bewölkt bei 6 Grad Celsius. Sonst hoffe ich, dass ich oberts am Wort für den vielen Dank. Auf der rechten Seite kann man den Mont Blanc sehen. Unsere Routen führt uns nach Zürich und Friedrichshafen. Ich hoffe, es wird komfortabel sein. Vielen Dank. Die Karte ist auf 4 Minuten.